Wollen uns die Märkte etwas sagen? Nun, es scheint zumindest mal noch nicht so richtig der Druck nach unten zu sein, der uns vermittelt werden soll. Die Marktteilnehmer noch eher positiv gestimmt. Wir haben es gestern nach der FED-Chef-Rede gehört. Der Kurs ging erstmal tapfer nach oben, anschließend nochmal ein wenig runter, aber in der Quintessenz dann doch wieder nochmal nach oben. Also, wir haben als letzte starke Bewegung, wenn ich mir das hier mal so im Chart angucke, das ist der S&P 500. Diese Aufwärtsbewegung, schauen wir es uns nochmal an, ich gehe nochmal ein bisschen raus, 5-Minuten-Chart hier. Der Kurs war schon hier oben, anschließend ist er irgendwie hier runtergekommen. Das nehmen wir mal so hin. Theoretisch ist das wackelig, wackelig im Sinne von hochfallende Tiefs. Das ist also eher ein Korrektivmuster. Manch einer ist gewogen, hier irgendwelche Trendlinien zu zeichnen und wird sagen, das passt. Aber nach diesem Tief hier haben wir einen wunderschönen Anstieg gesehen. Denn diese Geschichte hier, ich will es mal ein bisschen auseinanderziehen, dann sieht man es fast noch deutlicher, dass es sogar ein Fünffäller ist. Wir sind nämlich hier hochgegangen, anschließend eine Pause, dann wieder hochgegangen, Pause und das. Das ist ein klassischer Fünffäller, eine Haupttrendrichtung, zumal die Korrekturen hier und hier nicht überschneidend sind. Hervorragend. Aktuell dagegen eiert der Kurs nach unten. Klar, im Nachthandel, da hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen. Aber insgesamt kann man sagen, dass diese Bewegung, die wir hier jetzt haben, doch sehr, sehr korrektiv ist. Vielleicht kriege ich das sogar mit Trendlinien hin. Dann ist das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Schaut euch das mal an. Wenn ich jetzt vergleichen soll, diese Aufwärtsbewegung mit dieser Abwärtsbewegung, welche, glaube ich, ist wohl die eher starke Bewegung? Wir können uns das anders vergegenwärtigen. Von diesem Hoch bis zum aktuellen Tief hier sind wir runtergelaufen, haben aber Gegenbewegung gehabt. Wir haben hier eine Gegenbewegung gehabt, wir haben hier eine kleine, da eine kleine. Wir haben hier nochmal eine größere Gegenbewegung gehabt. Das ist alles Kurs überschneiden. Das heißt, es sieht ja schon von der Form aus. Manch einer sagt, was machst du denn rum? Das ist eine klassische Bullenflagge. Der Kurs eiert hier runter. Das ist ein Korrektivmuster. Alles, was wir hier in diesem Zeitraum hatten, sieht extrem korrektiv aus. Alles, was wir in diesem Zeitraum hatten, naja, stärker kann man den Kaufeswillen kaum kundtun. Jetzt können wir nochmal gucken, wie weit ist denn dieser Rücksetzer hier eigentlich erfolgt? Ist das tief genug für einen klassischen Rücksetzer? Das kann man relativ leicht messen. Zum Beispiel mit einer Fibomarke. Also hier unten das Tief, hier das Hoch. Und ihr erinnert euch, klassisch sollte so ein Rücksetzer eigentlich gerne sein in diesem Bereich. 38, 50, 61, 8, bisschen drunter, bisschen drüber. Also das ist schon okay. Irgendwie so in diese Richtung. Das wäre in Ordnung. Jetzt haben wir doch mehrere Bedingungen. Wir haben einen wunderschönen Anstieg. Einhaken. Wir haben eine Korrektivbewegung, die klar korrektiv ist aufgrund der internen Bewegung. Zweiter Haken. Wir haben einen Rücksetzer, der tief genug gelaufen ist. Nochmal einen Bestätigungshaken. Ja, was brauchen wir denn noch? Ja, einen Trigger. So, und die Linie wollte ich jetzt nicht. Ich bin total begeistert und klicke vor mich hin. Wir brauchen jetzt noch irgendwie einen Einstieg. Soll man dann jetzt hier einfach kaufen an so einer Marke? Ich bin kein großer Freund, egal ob da jetzt eine Marke liegt oder nicht. Das passt manchmal hervorragend, dass man sieht, ah, guck mal hier, diese Fibomarken, die haben schon eine sehr große Bedeutung. Ja, aber da zu kaufen hier einfach nur, weil da so eine Marke liegt, das ist nicht so mein Ding. Aber, wenn wir diesen Mechanismus, fallende Hochs, streng genommen hier dieses hier, dieses Hoch da, fallende Tiefs hier auf der anderen Seite, wenn wir das hier durchstoßen, dann haben wir doch eine ganz gute Möglichkeit, gegebenenfalls auf die Long-Seite zu gehen. Ich muss vielleicht noch sagen, warum war das kein? Weil hier war das der Tiefpunkt. Das heißt, alles rechts davon nehmen wir nicht. Wir brauchen Hochpunkte auf der linken Seite. Das heißt, von diesem Tiefpunkt auf der linken Seite, das letzte Zwischenhoch, wäre diese Marke. Und damit sind wir bei einer Handelsidee, die ich euch hier jetzt mal vorstellen will. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum machst du da nicht einen Trade des Tages oder irgendwas für unsere Approved Setup-Listen da draus, das ist im Fünf-Minuten-Chart, bis ich das runtergetippt, versendet habe und so weiter. Das ist mir eine Stufe zu kurz. Ich möchte euch aber damit zeigen, wie das aussieht. Für mich ist das hier ein ordentlicher Einstieg. Beim S&P Future wohlgemerkt 4.168. Vorsichtig, das ist jetzt keine Einladung. Ihr müsst hier kaufen, ich mache euch alle reich. Kann gar nicht schief gehen. Sondern es ist eine Einladung. So sieht es typischerweise aus. Und meine klassische Erwartungshaltung, weil der Kurs von oben gekommen ist, das ist ein bisschen höher als das, ist, dass wir das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal bekommen. Also von dem da hinten nochmal. Das heißt, bleibt es bei diesem Tief. Wenn er jetzt natürlich weiterfällt, dann werden wir auch nicht long getriggert. Aber bleibt es bei diesem Tief. Und der Kurs geht durch die von mir genannte Marke. Da könnt ihr es auch nochmal so ungefähr abschätzen. Oder ihr seht es ja selber in den Chart. Könnt ihr es selber vergleichen. Dann ist meine Erwartungshaltung, dass der Kurs als nächstes das, was wir hier vorne haben als Bewegung, da hinten nochmal macht. Das heißt, Ziele vielleicht sogar ansteuert. 4.230 und ein paar zerquetschte. Und zwar in einer idealerweise ähnlich steilen Art, wie das hier vorne war. Wenn wir Pech haben, ist nicht ganz so toll. Aber zumindest mal in einer doch relativ dynamischen Art. Und wer jetzt sagt, finde ich cool, dann gehe ich doch jetzt schon long. Vorsichtig. Long wird erst getriggert, wenn wir da durchgehen. Also in dieser Höhe hier durchgehen. Wenn also der Mechanismus der Fallen in Hochs und Tiefs durchstoßen wird. Ist das jetzt also eine ganz sichere Bank? Kann das gar nicht schief gehen? Nee, das ist nicht so. Ihr werdet auch mit dieser Idee immer wieder ausgestoppt werden. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Aber jetzt vergleichen wir mal. Wo setzt du deinen Stopp, Rüdiger? Zwei Möglichkeiten für den Stopp. Das eine ist hier unten auf dieser 78er. Das ist die sehr passive Marke. Die wird selten ausgestoppt in so einem Fall. Allerdings seht ihr schon, dass das Chance-Risiko-Verhältnis ungefähr ausgewogen ist. Ich kann vielleicht ein bisschen mehr verdienen auf der Gewinnerseite, als ich verlieren kann. Ich kann die Linien mal so gegenüberstellen. Ja, also selbst 50-50-Trefferquote würde mir noch einen kleinen Gewinn geben. Wenn es ein bisschen besser ist als 50-50, umso besser. Aber die Chancen, dass es 50-50 übersteigt, sind ja durchaus gegeben, dass der Kurs, wenn er da durchgeht jetzt, dann nicht mehr zwingend da drunter geht. Aber eine zweite Variante, die ich auch sehr gerne handle, ist ein bisschen aggressiver und hat noch mehr Wumms. Nämlich von diesem Tiefpunkt ausgemessen bis zum Einstiegspunkt, das ist ungefähr hier, und dann darauf die 78er. Diese Marken brauchen wir nicht mehr. Können wir alle wegmachen. Aber hier die 78er-Marke, die nehmen wir noch. Das heißt, mein Stop wäre hier rein in den Markt, reinstoppen lassen, wenn der Markt da durchgeht. Der Stop-Loss sozusagen. Stop-Loss wäre diese Marke, ihr seht es hier hinten, 4.148 circa. Und die Gewinnmarke liegt bei 4.232 in etwa. Und wenn ihr jetzt nochmal guckt, das ist ungefähr mein Risiko. Das ist ungefähr meine Gewinnseite. Und jetzt gucken wir nochmal. Einmal, einmal, zweimal, dreimal. Das heißt, selbst wenn meine Trefferquote nur 25% wäre, mache ich noch kein Minus mit dieser Idee. Ob die Trefferquote zwingend 50% ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann durchaus sein, dass sie etwas schlechter ist als 50%. Aber nehmen wir mal an 50%, weil es sich leicht rechnen lässt. Dann hätten wir immer noch nur so viel Minus bei zwei. Entschuldigung, bei 50%. Ich bin schon wieder eine Stufe weiter. Bei 50% haben wir einmal so viel Minus. Das heißt, das ist der überbleibende Gewinn aus zwei Trades. Nämlich einmal dieses Minus, einmal dieses Plus. Und diese Differenz ist das Überbleiben. Ich wollte noch zeigen, wenn ich sogar nur ein Drittel Trefferquote habe, bleibt sogar immer noch dieses Über als Gewinn. Klassisch, also ein Drittel, die Trefferquote liegt wahrscheinlich deutlich höher. Aber trotz alledem, ihr seht schon, wo der Reiz dieser Geschichte ist. Es liegt nicht darin, dass ich die Zukunft vorhersehen kann. Das will ich euch auch gar nicht suggerieren. Und solltet ihr, wenn ihr eure eigenen Analysen macht, auch gar nicht anstreben. Ich möchte euch nicht dazu verleiten, wenn ihr diese Methode habt, wüsst ihr immer genau, was in der Zukunft passiert. Macht euch nichts vor, ihr wüsst nicht genau, was in der Zukunft passiert. Wie alle anderen Menschen auch nicht. Aber ihr habt sie euch so gestaltet, dass sie tendenziell für euch vorteilhaft ist. Egal, wie sie im Einzelnen ausgeht. Wenn ihr dieses Verfahren regelmäßig anwendet, ist sie im Schnitt vorteilhaft für euch. Und ihr könnt davon gegebenenfalls profitieren. So, das ist eine konkrete Trading-Idee mit ganz konkreten Marken. Hier passt es jetzt mal. Viele wünschen sich immer, sag doch mal konkret. Es muss natürlich mit dem Zeitpunkt des Videos zusammenpassen. Hier haben wir das jetzt. Ja, und was ist es, wenn er tiefer geht? Naja, wenn er tiefer geht, ist es erstmal noch nicht schlimm. Allerdings muss ich dann meinen Stop anpassen, nämlich auf das jeweilige Tiefmessen. Und auch mein Hochpunkt, mein Target, sinkt dann natürlich um diese Entfernung. Von da oben nach unten, weil natürlich die Projektion dann von dem Tiefpunkt aus zu messen ist. Also wenn es tiefer geht, ist noch kein Problem. Das wirkt sich dann leider negativ auf, also etwas reduzierend auf das Chance-Risiko-Verhältnis aus, wird aber immer noch völlig in Ordnung sein. Also insofern, das macht das noch nicht kaputt. Wenn er hier durchgeht unter diesen blauen Bereich hier, ihr seht hier die Werte, könnt ihr ungefähr abschätzen, dann wird das immer weniger interessant. Aber spätestens, wenn er durch diese Marke durch ist, ist für mich das Long-Szenario obsolet. Nehmen wir mal, er geht noch mal ein bisschen tiefer, kommt später noch mal hoch und geht dann noch mal tiefer. Kann ich das gleiche Spiel noch mal machen, dann allerdings nicht von diesem Hochpunkt aus, sondern dann von dem letzten Hochpunkt aus. Letzter Tief, vorletzter Tief. Das Hoch dazwischen ist mein Entry-Trigger. So könnt ihr das immer wieder anpassen. Es ist also gar nicht so ein großes Hexenwerk, weil viele sagen, du musst mir das genau zeigen, wo. Dieser Mechanismus ist immer der gleiche. Solange wir in dieser blauen Kiste sind, bevorzugt. Ein bisschen drunter fange ich nicht an Panik zu schieben. Müsst ihr aber aufpassen, ob das Chance-Risiko-Verhältnis immer noch einigermaßen hübsch aussieht. Allerdings spätestens, wenn er hier durch ist, bin ich für die Long-Richtung raus. Das heißt nicht, dass der Kurs nicht auch hier runter gehen kann und trotzdem noch hoch. Die Wahrscheinlichkeiten und leider auch das Chance-Risiko-Verhältnis werden dann allerdings regelmäßig unattraktiv, weshalb wir für uns, das müsst ihr jetzt nicht genauso machen, diese Marke hier, die 78er, als die Grenze machen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir hier diesen Stop machen. Das ist die 78er quasi, dieses kleinen Musters, was da ja eventuell noch entstehen kann. Also die Logik die gleiche, nur auf der kleineren Ebene. Also wir haben eine ganz konkrete Idee hier beim ES. Wie gesagt, um das jetzt aufzuschreiben, dafür ist es zu kurz, dann habe ich das rausgeschrieben, dann habe ich das gesendet. Dann sagt ihr, ja super, bis ich mir das angeguckt habe, hat der Kurs doch schon wieder neue Hochs und Tiefs. Das ist wenig ergiebig. Deshalb euch hier das Verfahren mal einmal gezeigt. Jetzt machen wir es nochmal nackig, dass ihr das möglichst selber erkennt. Das ist stark, das ist schwach. Meine Idee ist also grundsätzlich nach oben. Ich brauche jetzt nur einen Trigger. Im Moment wäre es diese Marke, um dann entsprechend reinzukommen. Die konkreten Werte hattet ihr eben. Das kann bei anderen ähnlicher aussehen. Hier beim Nasdaq habe ich den Verdacht, dass es nicht so schön aussieht, weil der Kurs jetzt ein bisschen arg weiter runterhängt. Das Grundprinzip ist hier aber das gleiche. Auch hier hatten wir stark hoch, wackele ich runter. Ich vermute aber, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, zwischen irgendeinem dieser zum Handeln, würde ich vielleicht den Nasdaq nicht ganz so gerne nehmen wie den S&P. Also da wäre mein Vorzug wahrscheinlich auf der S&P-Lösung. Das heißt, ich wechsle auf das, was halt dann am schicksten und am schönsten aussieht. Der Dow Jones ist grundsätzlich auch so. Da könnt ihr jetzt nochmal eure eigene Analyse dazu machen, ob das euch gut gefällt. Er ist immerhin auch bis auf diese Marke hier runtergefallen. Also das würde theoretisch schon gehen als ein Tief. Alles, was jetzt rechts davon ist, ist allerdings noch ein bisschen doof. Also insofern, der S&P gefällt mir von all denen jetzt am besten. Hier wäre es vielleicht am sinnvollsten. Um ein schönes Bild zu haben, gehe nochmal einmal tiefer. Dann haben wir ein neues Tief. Vorheriges Tief wäre das der entsprechende Trigger für die Long-Seite als Idee. So, also damit habt ihr ein paar Anregungen, wie ihr das Ganze angehen könnt. Nasdaq, Entschuldigung, S&P ist aus meiner Sicht aktuell der schönste in diesem Bild. Grundsätzlich möglich, aber bei allen Indizes und das soll ja auch idealerweise so sein, dass wir bei vielen eine ähnliche Sichtweise haben. Die starke Bewegung hoch, die schwache Bewegung runter. Also selbst wenn ihr jetzt nicht meinen exakten Einstieg und das so toll findet, wenn ihr eine andere Variante, das suggeriert, dass die besseren Chancen im Moment auf der Aufwärtsseite sind. Achtet immer drauf, je mehr er oben irgendwas triggert, desto mehr bestätigt sich, dass die Aufwärtsseite wieder aufgenommen werden soll und die Abwärtsseite in der Pause ist. Beim DAX ist das tendenziell das Gleiche, aber nicht aktuell. Also zumindest mal beim DAX Index sehen wir das im Moment nicht und den DAX im Future, der sieht auch ein bisschen anders aus, wenn ich mir den Verlauf hier angucke. Das heißt, der interessiert mich hier nicht. Das war eine andere Geschichte. Nur ganz kurz, damit ihr seht, dass das immer wieder passiert. Starke Bewegung, eine möglichst wackelige, dreiwellige Bewegung suggeriert, dass das, was vorne ist, wenn das die erste Welle ist, der Kurs kam von unten, das ist die erste Welle, dass dieses Muster danach noch mal kommt, vielleicht sogar ein bisschen weiter, ist ja sogar ein bisschen tiefer noch gefallen, das weiß man dann immer nicht, aber eins zu eins ist sehr typisch und so seht ihr, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder ja, in seltenen Fällen, das ist ein ganz normales, klassisches Verhaltensmuster und wenn ihr das mal seht, könnt ihr euch überlegen, ob ihr sowas in dieser Richtung umsetzen wollt oder zumindest als einen Richtungsfilter für eure eigene Handelsidee nutzt, dass ihr sagt, okay, bevorzugt sind es jetzt die Longseiten, da lasse ich es vielleicht ein bisschen länger laufen oder bevorzugt sind die Gegenrichtungen, also dann mache ich mal nicht den Trade oder ziehe den Stopp ein bisschen enger vielleicht nach. So, ich hoffe, dass das euch ein gutes Beispiel war, wie wir auf diese Märkte da gucken, wie wir mit der Situation umgehen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass wie auch immer ihr euch entscheidet, ihr die richtigen Entscheidungen trefft. Deshalb an dieser Stelle euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.